nicht der mörder der ermordete ist schuldig am nächsten tag schon meldete ich mich in der kriegsschule deren jüngster zögling ich war denn bloß dem einfluß meines vaters hatte ich es zuzuschreiben daß ich bei meiner noch zu niedrigen charge aufnahme gefunden hatte so verging einige zeit in der ich mich sehr versteckt und unauffällig hielt am kursus auf den plätzen der wenig strebsamen teilnahm und den vater weder in seinem amt noch auch in seinem hause aufsuchte einsam dumpf und verbissen in dieser großen stadt doch halfen mir die millionen mich selbst leichter zu tragen in der metropole nimmt jeder an moralischem gewicht ab das verlorene atom in den schwankenden ballungen des körpers kann ruhig schlafen straße dröhnt wirtshaus plärrt der nichtige ruht auf einem meeresgrund er ist nicht einmal tropfenmeer der sich nach auflösung sehnt es liegt ja nichts daran wozu noch ehrgeiz wozu noch vergnügung da doch quintessenz aller vergnügung das bewußtsein ist stark und vorteilhaft zu wirken alles ist ja so gleichgültig o gott warum nur manchmal schritt eine frau mit strahlend bewussten beinen dahin ein krampf ging durch mein wesen mir aber gelang nur eines schlaf ich war ein meister des schlafs bei tag und nacht so waren drei monate vergangen es geschah aber dass ich in eine seltsame gesellschaft geriet ich bewohnte in meinem kleinen hotel das zimmer nummer acht das zimmer nummer neun neben mir hatte ein älterer taubstummer mann inne der herr seebär hieß und bücherrevisor war ich hatte es mir angewöhnt spät am abend von weiten spaziergängen nach hause zu kommen und da begegnete mir fast all mitternächtlich herr seebär der von seiner arbeit heimkehrte auf der treppe er trug zu jeder jahreszeit einen langen schwarzen kaiserrock von so fleckig und brüchigem aussehen als wäre er schon geraume zeit als kleidungsstück einer honorablen leiche im grabe gelegen und dann wieder durch einen altkleidertandler in den handel gebracht worden um seinen zylinder der von mancher attacke unzähliger silvesternächte zerbeult und reudig erschien war ein breiter trauerflor angebracht das gesicht seebärs zeigte eine farbe grauer als asche sein schritt hatte die zögernde erschöpfung der herzkranken es war öfters dazu gekommen dass ich dem taubstummen durch kleine dienste und handreichungen hatte behilflich sein können nun wenn wir uns nachts auf der treppe trafen reichten wir einander die hände und es hatte sich die gewohnheit ausgebildet dass seebär in mein zimmer trat platz nahm und wir uns eine halbe stunde noch schweigend gegenüber saßen manchmal holte ich ein likör heraus und wir tranken als einzige unterhaltung einander ernsthaft zu eines nachts zog seebär einen schreibblock aus der tasche und schrieb auf einen zettel den er mir reichte mit kalligrafisch konturgeübten zügen diese worte ich sehe dass es ihnen nicht sehr gut geht ich schrieb nur ein wort zurück ja er wollen sie glücklicher werden ich ja er so erwarten sie mich morgen schon um elf uhr nachts ich einverstanden tatsächlich wir saßen die nächste nacht um elf uhr in einer schrecklichen droschke eine stunde lang rumpelte das plumpe gefährt mit uns dahin wir verließen die zahlreichen lichter gelangten unter die seltenen lichter der vorstädte hatten auch die bald hinter uns fuhren an weinbergen entlang gerieten wieder in eine vorstadt knarrten durch eine pappelallee und landeten endlich mitten in einem großen häuserkomplex der bergab an dem hang das alte dominikanerstift krönt die höhe zum großen strom sich niedersenkt wir traten durch die niedrige türe in den steinflur eines uralten wirtshauses ein mensch mit einer scharf abgeblendeten diebeslaterne von dem wir nicht mehr als einen schatten sehen konnten trat uns entgegen erkannte seebär und führte uns in einen hof er löschte das licht milchig gleiste der mond des führers schatten wurde mensch und ich sah einen kleinen dicken chinesen mit mandarinmütze und in filzschuhen der mir breit zunickte jetzt traten wir in ein geräumiges gewölbe an den wänden liefen bänke zwei große ungehobelte tische erfüllten die mitte des raumes eine spärliche petroleumlampe hing irgendwo welch ein bild war das mit langen schritten träume ich langsam und tiefsinnig gingen gestalten auf und ab es waren alte und junge männer in russischen kitteln bärtig und bartlos mit von entbehrung eingeschwundenen gesichtern von augen überleuchtet die denen der engel glichen manche trugen wandelnd bücher in der hand worin sie studierten eine gruppe stand vor einer wandtafel die über und über mit chemischen formeln beschrieben war bei unserem erscheinen traten die leute zusammen verständigten sich mit russischen worten und einer von ihnen ein alter ging langsam auf mich zu er war ein herrlicher jüdischer priesterkopf weißhaarig weißbärtig mit großen vorgewälzt hellen augen einer der erhabenen lichten häupter wie sie von anbeginn die geschichte der menschen begleitet haben er sah mich sehr lange an dann als spräche er eine priesterliche formel gib deine waffe weg mitgeborener mitsterblicher ich warf den säbel in eine ecke der alte ergriff meine hand willst du bruder sein ich will es hörte ich mich ausrufen während die anderen zu uns traten diese reinen fanatischen gesichter ergriffen mein herz mit ehrfürchtiger freude ich will es wir wissen fuhr der weißbärtige jude fort daß du kein spitzel und kundschafter bist wir kennen deine herkunft und den haß gegen diese herkunft wir kennen die beschäftigung deiner tage wir kennen deine spaziergänge deine lektüre den grund deiner versetzung in diese stadt wir sind über jede regung deiner seele unterrichtet wisse der ratschluss der dich zum mitarbeiter an unserem berg aus ersehen hat ist von keiner geringen gewalt du sollst der apostel unseres kampfes unter den soldaten sein welches ist euer kampf unser krieg gilt der patriarchalischen weltordnung sagte der alte was ist das patriarchalische weltordnung die herrschaft des vaters in jedem sinn ein blitz durchzuckte mich meine wahren kameraden ich hatte sie gefunden sie die mein leiden besser geistiger verstanden als ich selbst gelb und hohläugig zog mein knabengesicht an mir vorbei das mir anders als anderen männern immer vorstellbar war ich sah die kleine kadettenuniform wie sie des nachts über dem stuhl hing gelb und hohläugig zog noch ein anderes knabengesicht an mir vorbei wo hatte ich es nur gesehen wo nur ich fragte was versteht ihr unter herrschaft des vaters alles führte der alte aus die religion denn gott ist der vater der menschen der staat denn könig oder präsident ist der vater der bürger das gericht denn richter und aufseher sind die väter von jenen welche die menschliche gesellschaft verbrecher zu nennen beliebt die armee denn der offizier ist der vater der soldaten die industrie denn der unternehmer ist der vater der arbeiter alle diese väter sind aber nicht spender und träger von liebe und weisheit sondern schwach und süchtig wie der gemeine mensch eben geboren ist vergiftete ausgeburtene autorität die in dem augenblick von der weltbesitz ergriff als die erste gerechterweise auf die gebärende mutter gestellte paradiesisch unseßhafte gesellschaft durch die familie und sippe verdrängt worden war wodurch aber wollt ihr die herrschaft von vater und familie ablösen durch das regiment der selbsterkenntnis und liebe rief der greis du mußt mich recht verstehen die machtsucht der trieb über andere zu herrschen sich in ihrer demütigung zu spiegeln und vor ihnen groß zu sein ist ebenso wenig dem gesamten menschengeschlecht eingeboren wie dem einzelnen das kind in seinen ersten jahren lebt im ruhigen austausch mit der umwelt erst wenn es die unterdrückung durch den hochmut der erwachsenen die erniedrigung durch den egoistischen eigenwillen der eltern erfährt erleidet seine seele den unverbesserlichen schaden der jenes krankhafte fieber erzeugt das machtwille ehrgeiz siegsucht und menschenhaß heißt und wie im individuum so in der ganzen menschheit der selige urzustand die aurea ätas der alten das paradies der religionen war die ursprüngliche gesund nomadische form des menschlichen beieinanderlebens gewesen da erhob sich der erste vater über seine schwachen söhne und spannte sie vor die neue pflugschar die ein hoher wenn auch doppelsinnig versucherischer genius konstruiert hatte und siehe nicht mehr waren die knospen und sprößlinge des menschengeschlechtes kinder nicht mehr kinder der freien mutter die verehrt und heilig gehalten den samen wählte der sie befruchten sollte die kinder der mutter waren zu söhnen des vaters geworden des vaters der nicht in neun monaten der mystischen prüfung ein neues leben mehr lieben lernte als sie selbst sondern in einem kurzen kitzel den bald vergessenen lebenssaft verspritzt hatte die patria potestas die autorität ist eine unnatur das verderbliche prinzip an sich sie ist der ursprung aller morde kriege untaten verbrechen hasslaster und verdammnisse gleich wie das sohntum der ursprung aller hemmenden sklaveninstinkte ist das scheußliche aas das in den grundstein aller historischen staatenbildung eingemauert wurde wir aber leben um zu reinigen durch welche waffen wollt ihr die autorität vernichten und den zustand der selbsterkenntnis und liebe heraufführen reim leib beschützer so hieß der alte mensch hob seine arme drohend empor seine hellen augen rot gerendert glänzten vor hass er rief durch blut und schrecken bravo ich stampfte auf fast besinnungslos vor wut und lust alle klirrenden krähen hähne von vätern anzuspringen der greis deutete auf die tafel formeln von ekrasit lydit ammonal von allerhand dynamitmischungen waren zu erkennen seine tiefe stimme sprach jetzt etwas leiser wir haben überall unsere vorposten und vedetten es ist kein unternehmen und beruf mehr wo unsere missionäre nicht tätig sind schon in den volksschulen wiegeln wir die kinder gegen die lehrer auf dich aber haben wir ausersehen unter denen zu kämpfen die alle armeen der welt in brand gegen die machthaber setzen du hast als offizier in galizien heimlich sabotage getrieben wir wissen dass du keinen umgang mit gleichgestellten gepflogen hast auch die güte die du deiner mannschaft entgegenbracht ist ist uns bekannt dies alles aber war noch geschehen lassen und dulden willst du endlich wagen und tun ich will so tritt in unseren kreis rief er mit der ernstesten miene und versprich uns in die hand da wir den schwur verwerfen im namen deiner liebe zum guten zur wahrheit und zukunft des menschengeschlechts versprich uns niemals verrat zu üben niemandem unsere namen unsere schlupfwinkel pläne geheimnisse reden kundzugeben ebenso werden auch wir deinen namen deinen stand deine reden pläne und geheimnisse bis zum letzten blutstropfen waren wer von uns beiden und allen anders handelt verfällt dem tode den über ihn das geheime tribunal beschließt beschitzer schwieg alle männer gaben mir sterrenblicks die hand ich hatte kameraden das erste mal im leben fühlte ich den stolz der solidarität es gab brüder die mich in ungeheure ideen einweihen würden deren kampf mein kampf war den ich nun endlich beginnen wollte der alte hob mit angeekelten fingern meinen säbel auf da nimm morgen erwarten wir dich wieder in unserer mitte schon in den nächsten tagen werden die aufträge des zentralkomitees einlangen er winkte herrn seebär wir beide verließen dieses zimmer und traten in ein anderes das hell erleuchtet heiser lärmte betäubt stand ich in der türe was waren das für gesichter für gestalten die verzerrt um den grünen spieltisch drängten auf dem roulette und gold rollte wo hatte ich diese gesichter schon gesehen der chinese höflich mit unbewegtem grinsen hielt die bank ein neger im weißen flanellanzug zählte lippenwälzend geld das vor ihm lag ein herr in gewiß geliehenem frack saß starr da und schielte auf seine hände die wie ein haufe blutbesudelter leichen vor ihm lagen ein matrose der seine seefahrtslöhnung verspielt zu haben schien kroch unter den tisch wie um ein weggerolltes goldstück zu suchen fuhr kerzengerade empor und kroch wieder unter den tisch diese bewegung wiederholte sich hundertmal einen pfiffigen kerl sah ich mit louis zerfressener nase der gleichmäßig spielte ein gieriger schlecht rasierter mensch in messner soutane der eben vom glockenläuten gekommen zu sein schien hatte seine barschaft beträchtlich vermehrt ein paar andere gespenster noch spitzten blaß nach der rollenden scheibe während sie ihre farbe und nummer riefen ein mann aber in fremdartiger uniform beherrschte riesig den raum breitbeinig und furchtbar stand er da er konnte ebenso napoleonischer gardist wie kinoausrufer opernsergent oder italienischer gendarm sein er hatte den ganzen einsatz verloren tabaksgeifer ran von seinem munde dessen lippen eine lang schon ausgegangene zigarette zerpreßten langsam ballten sich seine knolligen hände zu fäusten und fuchtelten unter der nase des chinesen der höflich achselzuckend vom gruppieren nicht aufsah und den verschnürten lackel dessen offener mund jetzt ein gelbes pferdegebiss sehen ließ gleichmütig tröstete seebär zog mich bei der hand aus diesem raum fort jetzt standen wir in einem dritten zimmer es war achteckig und verriet ein hohes turmgemach in der mitte stand ein dreifußartiges gefäß auf dem ein feuer mit kleinen kohlen glühte in die acht wände dieses gewölbes waren tiefe nischen eingelassen und in diesen nischen knapp übereinander sah ich je vier ruhebetten auf den menschen starre wie in der totenkammer lagen manchmal bewegte sich einer blicklos aus sternenwelt her stierten ruhig mich verglaste augen an um das feuer schlichen gestalten die kleine kohlenstücke holten die sie auf ihre duftenden pfeifen mit den flachen köpfen legten alle diese männer waren alt zu schatten gemergelt alle trugen sie feierlich schwarze schlußröcke deren stoff abgeschabt und schon wie zunder war sie alle unterschieden sich durch nichts von meinem führer seebär waren auch sie taubstumm lautlos umwandelten sie das feuer holten sich ihre kohlen und verschwanden jahrtausend alte assyrer in den felsengräbern der nischen von zeit zu zeit kam der chinese sah nach dem rechten belebte das feuer räumte die pfeifen weg die denen entfallen waren die schon durch die wonnelandschaften schwebten oder schob eine der bettladen vor um nach dem schlafstand eines berauschten zu sehen und dann glich er dem bäcker der prüfend ein brot aus dem ofen zieht und es wieder zurück stößt hier nun erfuhr auch ich die segnungen des opiums jenes göttlichen mones dessen landschaften süßer als die mildeste kindheit betäuben dessen barcarolen die seraphische musik übertreffen und dessen verzückungen mehr begeistern als die liebe und der ruhm allnächtlich nun besuchte ich das alte haus das steil ab in den schwarz sich wälzenden strom gebaut war allnächtlich saß ich unter den russen die das unkörperliche leben von katakombenheiligen führten wir diskutierten über bedeutsame stellen aus den werken prudence der großen utopisten über probleme aus den werken stirners bakunins und der neueren wie kropotkin prschübischewski und j h mckay ich studierte mit ihnen chemische und pyrotechnische enzyklopädien und manche nacht verging während wir komplizierte modelle neuer bomben und höllenmaschinen erdachten ich fand unter diesen menschen eine sittenreinheit eine überzeugungstreue und liebesfähigkeit eine erhebung über alles sinnliche eine leidenschaft des geistes und todesverachtung dass ich oft zerknirscht bis zum selbstmordgedanken war weil so viel tugend und verehrungswürdigkeit der geringeren natur unerträglich sind ach wer vermag allzu lange die gesellschaft von erzengeln zu teilen in solchen augenblicken der selbstverwerfung schlich ich mich wohl ins zimmer der spieler und mischte meine stimme unter die gurgelrufe die der bahn der glückskugel folgten meist hatte ich unter diesen verzerrten gesellen von denen jeder ein ausreichendes verbrechen am gewissen haben musste glück im spiel selbst behielt ich aber nur wenig von dem gewinn und legte die größere hälfte in die hände des alten beschitzer dem nicht wie söhne sondern wie kinder die russen anhingen oft auch gab ich mich in einer grabkammer des turmgewölbes dem opium hin die glückseligen träume des monrausches sind unbestimmt und nicht zurückzurufen die erinnerung bewahrt von ihnen keine anschauung nur eine ferne süße empfindung ähnlich ist es wenn wir plötzlich glauben das bewusstsein einer früheren kindhaft leichten existenz dämmere in uns auf die bilder die ich sah vermag ich mir nicht mehr vorzustellen aber wenn ich schlaff wie nach ungeheurem blutverlust von der schlafmatte stieg bemächtigte sich regelmäßig folgende phantasie oder vision meiner als wäre sie ein abgeschwächtes echo ein leises coda des großen unverratbaren traumthemas auf einer bühne nein es ist ein kasernenhof steht ein baumlanger wilduniformierter kerl der kinoausrufer oder napoleonische gardist der spielhölle er schwingt eine riesige peitsche über ein ganzes heer von rekruten die in einförmigem rhythmus kniebeugen machen viele gesichter sind darunter die ich kenne der chinesische hauswirt beschützer die anderen russen der matrose der allnächtlich sein geld verspielt kameraden aus der galizischen garnison aber auch frauen ich sehe meine mutter sie ist bloßfüßig doch trägt sie das neue modische straßenkostüm die peitsche saust auf und nieder auf und nieder heben und senken sich die gestalten in der kniebeuge der riesige flegel krächzt kurze kommande und schimpfworte weithin in den hallenden raum da schwebt eine entzückende immense seifenblase vom himmel nieder es ist der geistige planet l'étoile spirituelle sage ich vor mich hin auf seiner irisierenden glasur malen sich heitere kontinente blumenspeiende vulkane liebreizende meere vegetationen von ungeahnter vielfalt und zartheit langsam sinkt dieser selig elfendünn gewobene ball hinab jetzt zittert er über dem haupt des peitschenschwingers jetzt berührt er es wie ein hampelmann zerreißt die ungeschlachte figur nach allen vier seiten und verschwindet aber auch die himmlische seifenblase ist zersprungen und auf die erde auf alle geschöpfe die jetzt aus der entwürdigenden kniebeuge emportauchen und aufrecht dastehen fällt ein berückender regen unter dessen tropfen unbekannte palmen lianen pinien gingobäume aufwachsen und eine unerhörte blumen und duftwelt sich entfaltet ich aber wandle unter millionen schön schreitenden geschöpfen durch diesen maßlosen garten mit meiner mutter die jetzt goldene schuhe trägt inzwischen war aus russland vom geheimen zentralkomitee die weisung über meine verwendung eingetroffen beschitzer öffnete vor meinen augen den umschlag der aus moskau datiert war und einen gleichgültigen geschäftsbrief auf firmenpapier enthielt die zuschrift wurde in eine lauge geworfen die schreibmaschinenschrift verschwand ein stempel wurde sichtbar der eine rote hand in einem flammenkreis zeigte und folgende ordre trat zu tage geheimes und internationales zentralkomitee sitz moskau moskau am 5 mai 1913 an den leiter der donausektion leutnant duschek soll keinesfalls aus dem heeresdienst ausscheiden er ist wie in einfacher konferenz beschlossen wurde als propagandist bei der armee zu beschäftigen zu welchem behufe er gebeten wird bei möglichst vielen truppenkörpern als offizier zu wirken unterschriftschiffre stempel ich meldete mich bei meinem kommando krank und erhielt einen mehrwöchentlichen urlaub sofort begann ich meine tätigkeit am samstagabend und sonntags machte ich mich in tanzsälen schenken vergnügungsperken kinos sportplätzen und ausflugsorten an soldaten heran ich ging nach folgendem system vor zuerst prüfte ich die gesichter erblickte ich eines das unzweifelhaft durch das dritte jahr des dienstes gezeichnet war und dessen eigentümer weder eine charge noch eine richt- oder schießauszeichnung besaß und nicht stumpf sondern mit jener verächtlichen verbitterung dreinsah für die mein auge sehr geschärft war so sprach ich ihn an zuerst erschrak er denn ich war ja ein herr offizier dann wurde er misstrauisch schließlich aber halb ärgerlich halb geschmeichelt faßte er mut denn ich erzählte ihm ich wäre sehr arm und hätte von meiner leutnantsgage meine alte mutter zu erhalten ich schilderte beweglich mein elend daß ich gezwungen wäre die zigaretten meiner fassung zu verkaufen und kaum alle heiligen sonntage dazu käme selbst eine zigarette zu rauchen denn ein schuldenmacher wie die anderen herren zu sein das brächte ich nicht übers herz der mann dachte sofort da sieht man's die großen herren da haben wir's ja was hinter all der aufdraherei schinderei und schreierei steckt ein armer hund der sich schmutziger durch die welt bringt als unser eins wenn ich wieder im zivil bin habe ich mein auskommen als knecht rasör tischler maurer selcher und so weiter und der da freche bettler sind sie alle zusammen mir soll da nur einer begegnen zweimal wird er mich nicht anschauen ich ging so eine weile neben dem gemeinen hin und sprach gehässig über die offiziere und feldwebel besonders aber betonte ich daß sie alle bestechlich seien und die mannschaft um ihre gebühren betrügen indem sie die besten lebensmittel und sorten auf die seite zu bringen wissen das gefiel dem mann es war seine eigene ansicht und er fing an nach beispielen und belegen zu suchen plötzlich fragte ich ihn nach seiner letzten bestrafung er geriet in feuer und wut erzählte irgendein vergehen und brach in wilde beschimpfungen gegen den hauptmann kalivoda den oberleutnant gams steutner diesen hund aus gegen all die namen die mein eigenes blut empörten nun war er gänzlich warm geworden ich erwischte den günstigen augenblick und bat ihn um meine zigarette hallo da war er ganz oben dem herrn dem ewig unnahbaren eine zigarette schenken das schmeichelte das war wohlgefühl und triumph über den aufgeblasenen halbgott der ein armer lump ein stinker und ein nichts ist ich dankte für die zigarette nicht jetzt würde ich sie rauchen später der mann wurde mitleidig und ich hatte ihn gewonnen das ist doch ein anderer dachte er der hierher kommt und mit den leuten lebt ich spuck mehr auf ihn als er auf mich und jetzt begann ich mein werk und ich war erfolgreich denn in kurzer zeit hatte ich zwei burschen zur desertion verleitet und durch einige andere manch tausend aufreizender flugblätter in den kasernen verteilen lassen die gefahr die dieses treiben für mich bedeutete machte mich glücklich und zufrieden ich hatte einen lebenszweck das wagemutige geheimnis erhob mich fast zur heiligen schulterhöhe der russen aber es war noch ein anderes neues gefühl stärker als hass und rachsucht das mich beflügelte und tollkühn machte vor wenigen tagen hatte ich sie das erste mal gesehen sie war über die schweiz gekommen und lebte nun dasselbe geheimnisvolle fast unphysische leben wie die anderen russen nun wie soll ich sinaida beschreiben ich selbst bin ja erwacht gesund geworden und mein gedächtnis kann kaum mehr die furchtbaren überschwänglichkeiten meiner jugend wiederholen sinaida ihre landsleute gingen mit ihr um wie die getreuen mit einer königin in der verbannung umgehen das geheimnis irgendeiner tat ruhte auf ihr das einen unüberschreitbaren abstand erschuf sie sprach fast niemals und dennoch war der zeiger aller reden immer auf sie gerichtet ihr blick war ein ernsthaftes starren das immer ein wenig an dem vorbei reichte den sie ansah es war keine spur von chargierter schlamperei an ihr ihr dunkles haar war keineswegs kurz geschnitten ihre kleidung wohlberechnet und anmutig so erwachsen ich auch war die liebe hatte ich noch nicht kennengelernt die erzählungen meiner kameraden von ihren abenteuern hatten mir immer nur ekel bis zum brechreiz eingeflößt allein ich kannte die entsetzlichen leidenschaften der schwärmerei die seelenzersprengenden lebenverwüstenden sinaida übte auf mich eine zwiefache macht aus die wie nach einer schrecklichen anstrengung schneeweiße stirne der starre blick die zarten fast ironischen schatten um die mundwinkel zeigten dass diese frau nicht nur leben hinter sich hatte sondern etwas weit höheres heiligeres eine tat eine aufopferung ein geheimnis von solcher würde dass keiner jemals davon zu sprechen wagte dieses geheimnis als ein unbegrenztes moralisches übergewicht demütigte mich süß und schrecklich und sie war schön mehr noch als das vielmehr zauberei ihr gesicht zu ertragen schien für mich fast unmöglich wenn ich es eine zeitlang anzusehen wagte war mein herz ausgepumpt meine glieder müde wie nach einem stundenlangen ritt war aber der eine pol meiner empfindung jene moralische demütigung ein geschöpf höherer art als ich es bin vor mir zu sehen so der entgegengesetzte pol viel umfasslicher kaum zu begreifen die schönheit sinnaidas war eine wesenlose entzückung die ihrem kleid die süße form gab selbst aber zephyr geist schwingung zu sein schien und doch es war fast klar sie hatte ein gebrechen wenn auch von zartester unauffälliger natur es schien daß sich ihr schritt nach der einen seite etwas neigte kaum merklich aber in manchem augenblick unverkennbar dieses unregelmäßige in dem rhythmus ihrer erscheinung hinken es zu nennen wäre zu viel und zu profan dieses zarte gebrechen riß mich hin brachte mich um verstand und bewußtsein der gegensatz von ihrer lebensüberlegenheit und gebrechlichkeit erzeugte in mir einen magischen strom von solcher macht daß ich jede herrschaft über mich selbst verlor und doch liebe wagte ich dieses gefühl nicht zu nennen anbetung und verwirrung diesem unirdischen leib dieser überirdischen seelenkraft wollte ich nichts anderes sein als knecht türhüter und hund dennoch beweisen wollte ich mich ihr nicht nachstehen die glorie eines geheimnisses auf mein haupt versammeln auch ich sinaida selbst behandelte mich so wie frauen einen lebensanfänger behandeln sie übersah mich ich verdoppelte meine anstrengungen in der verhetzung der soldaten es war ein wunder daß man mich noch nicht angegeben und ertappt hatte fast aber um sinaidas willen sehnte ich eine katastrophe herbei die mich vor der welt der ordnung zum verbrecher erniedrigen vor ihr aber zu märterer erhöhen sollte eines tages als ich wieder eine seele gefangen hatte und eifrig redend neben einem gefreiten ging der mir gestand schon selbst einmal eine meuterei angezettelt zu haben wurde ich von rückwärts angerufen herr leutnant ich zuckte automatisch zusammen dieses zusammenzucken werde ich und keiner der einen langen militärdienst geleistet hat je überwinden können ich drehte mich um ich der revolteur und blieb in vorschriftshaltung stehen der general der mich gestellt hatte war mein vater mit böswilligem wohlgefallen an sich selbst hüftenwiegend trat er näher einen handschuh hatte er abgestreift und trug ihn zugleich mit einer reitgärte die er regelmäßig gegen den schenkel schlug in der hand sein auge kniff ein schwarzrandiges monokel dessen absichtsvoll breite schnur ausladend herabhing ah du bist es höhnte er das hätte ich mir gleich denken können wo war mein mut o sinaider stramm stand ich und trank die worte eines vorgesetzten bist du nicht oft genug darüber belehrt worden daß offizieren der außerdienstliche umgang mit mannschaftspersonen untersagt ist hast du nicht selbst genug verstand um einzusehen wie schädlich diese falschen und ungebührlichen vertraulichkeiten für den allerhöchsten dienst sind aber dich kenne ich schon sieht man dich einmal so geht es ohne anstand nicht ab weißt du dich möchte ich unter meinen leuten nicht haben gott bewahre aber stündest du unter meinem kommando so könnte dir der teufel gratulieren ich wollte dich aufmischen mein lieber er sah auf die uhr wo steckst du was treibst du jetzt ist es erst halb fünf bist du schon dienstfrei gibt's keinen kurs hast du das recht zu flanieren wenn ich das zweite mal auf unregelmäßigkeiten komme du mit mir wage nicht zu spaßen hörst du ich verlange soldatische haltung soldatische pflichterfüllung von dir und was ich sonst noch zu sagen habe na merkt ihr's servus er fuhr mit gebogenem zeigefinger halb gegen die kappe ließ mich stehen und satan ich salutierte betreten und stramm ihm nach ihm nach es riß mit mir als ich zu bewußtsein kam und in den straßendreck mit dir mörder seelenverkäufer menschenschinder ungebildeter frechling roher schwachkopf ich stand wie auf einem schwankenden segelboot doch plötzlich fiel mir sinaide ein kränkung und wonne gaben einige erleichternde tränen her ich hörte mich murmeln es kommt der tag ende von abschnitt fünf abschnitt sechs von nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff allabendlich knapp nach dem dunkel werden pilgerte ich zu meinen neuen freunden traumhafte stundenlange gänge durch die nacht die ich entweder allein oder in begleitung herrn seebärs zurücklegte ob es mehr war als spiel und opium was den taubstummen bücherrevisor in jenes mysteriöse auch für mich niemals übersichtliche haus zog das habe ich nie erfahren können diesmal empfing mich der chinese erregt und unruhig er winkte mir geheimnisvoll zupfte mich und öffnete eine falltüre seine blendlaterne leuchtete mir eine seitenstiege hinab ich gelangte über unwegsame stufen in einen keller ein riesiges feuchtes gewölbe dessen größe gar nicht abzumessen war vermutlich die alten kellereien der abtei auf dem berge um einen tisch auf dem windlichter standen denn es wehte hier scharf saßen in feierlicher ordnung die russen beschitzer präsidierte sein gesicht vor innerer bewegung war noch wechserner als sonst ohne falte ja ohne jedes vergnügte äderchen des lebensgenusses ich bemerkte die außerordentliche schmalheit seiner nasenwurzel diese edle nase mit der schärfsten spitze die man sich denken kann so spitzige nasen im guten und schlechten sinn trifft man immer bei theologisch gerichteten menschen an ihm zur seite saß sinai da wie strenger als sonst über mich hinweg sah ihre zerbrechlichen hände schimmerten in den schleimigen ausstrahlungen des raumes am unteren ende des tisches wartete schon ein stuhl auf mich chaim winkte mir ich setzte mich nieder keiner unterbrach auch nur durch ein zucken der wimper das erhabene starren niemals hat mich die gesammelte gewalt so vieler mächtigen seelen mehr erdrückt als in dieser endlosen minute des schweigens das nur durch die greisen knorrigen atemzüge des uns zu häupten arbeitenden stromes unterbrochen wurde endlich setzte beschitzer einen verbeulten zwicker auf und entfaltete ein schriftstück er sprach zuerst einige russische worte dann rief er singend und vibrierend wer hätte das gedacht sein akzent wurde fast unverständlich in die arme läuft er uns nach einer pause hört brüder was das komitee mir schreibt die stimme des vorlesers stockte und zitterte wir teilen euch mit daß der zar am 30 mai in w eintreffen wird und zwar um sieben uhr fünfunddreißig minuten morgens in einem sonderzug der als langer personenzug maskiert ist die ankunft erfolgt am nordbahnhof gerade in dem augenblick wo die beiden gegenschnellzüge ein und ab fahren also der größte trubel herrscht für diesen train ist das dritte geleise vom ankunftsperron gerechnet reserviert der zar reist in zivil ebenso wie das gesamte gefolge das etwa aus dreißig herren der näheren umgebung und aus hundert polizei agenten besteht denen selbstverständlich die gleiche anzahl schon voraus geeilt ist der zar wird voraussichtlich einen grauen jackettanzug mit weichem grauen hut tragen den charakter eines wohl situierten arztes führen und einem waggon zweiter klasse entsteigen ferner ist es möglich dass der zar eine runde hornbrille mit breiter fassung tragen wird in seiner begleitung dürfte sich botschafter iswolski und minister sasonow befinden in der äußeren ankunftshalle wird der kaiser der eine kleine reisetasche selbst in der hand hält von einer frau mit zwei kleineren kindern empfangen werden die als familie mit lauten worten eine innige begrüßung zu agieren haben dann begibt sich die gruppe zu dem auto taxameter nummer 3720 der sich jedoch erst anrufen lässt neben dem verkleideten kaiserlich königlichen chauffeur wird ein mann in dürftigem anzug sitzen der chef der dortigen staatspolizei die familie das heißt der zar und die frau mit den beiden kindern fahren in die residenz von s wo der zar am öffentlichen eingang des berühmten schlossparks das auto verlässt welches weiterfährt der kaiser die kleine reisetasche in der hand schreitet die große taxusallee hinan und begegnet bei der zweiten wegkreuzung um acht uhr zwanzig minuten dem jungen erzherzog k der sich mit ihm ins schloss begibt es sind also zwei gute attentatsmöglichkeiten vorhanden von denen allerdings die letztere weil sie weniger menschen in gefahr bringt vorzuziehen wäre das erste attentat müsste vor der bahnhofshalle und zwar am besten durch schusswaffe aus möglichster nähe erfolgen das zweite vor dem parkportal und zwar hier am besten durch aufschlagbombe eventuelle veränderungen in der disposition werden durch schiffrierte telegramme mitgeteilt werden die streng geheime reise des zaren wird den mächtigen zeitungs herausgebern europas verborgen bleiben außer den häuptern der dortigen dynastie und den politischen chefs wird niemand etwas erfahren zweck der reise ist eine konferenz über die durch die albanische frage verwirrte internationale lage die unter dem präsidium des alten halunken stattfinden wird eine ewigkeit lang schwieg jeder atemzug während beschitzer bedächtig doch mit unbemeisterten händen das blatt zusammenfaltete dann hörte ich ihn leise fragen wer alle männer schnellten auf erhoben ihre hand und schrien ich ich allein blieb sitzen teilnahmslos dunkel traf mich der blick sinaitas sie hatte nichts anderes von mir erwartet da fuhr ich empor der stuhl hinter mir kippte um nicht ihr ich ich werde es tun raserei empört machten die männer miene sich auf mich zu stürzen durcheinander schrieß wer bist du neuling grüner kommissknopf was weißt du wen hat er dir umgebracht bist du schon an einer wand gestanden ich blieb fest und sagte ruhig bedenkt doch den vorteil wenn ihr mich wählt ich bin unverdächtig ein offizier überall habe ich zutritt die schloßwache präsentiert vor mir wenn ich mich dem zare nähre halten mich die polizeiagenten gewiß für einen funktionär ich allein kann es mit höchster möglichkeit des gelingens vollbringen euch verhaften sie schon wenn ihr nur den kopf ins freie steckt bedenkt das von neuem erhob sich der erbitterte widerspruch der russen plötzlich wurde es still sinaita hatte gesprochen er hat recht lasst ihn er soll es tun elektrischer schlag sie hatte mich gewürdigt nun war ich akkord und glaubte an gott der alte beschützer hatte das haupt gesenkt und schien zu schlafen da er hob die dicken gefälteten lieder zeigte mit der hand auf mich du die entscheidung war gefallen kein blick der kränkung und des neides traf mich mehr mit einem male war ich über alle erhoben ich fühlte wie von mir die strahlen der auserwählung und todgeweihtheit ausgingen ich spürte sinaita nahe neben mir sie sah mich an sie sprach zu mir ich sah ich sah und hörte keine worte sich hinwerfen singen weinen die seele war mir so weit im morgengrauen begleiteten mich sinaita und hippolit poltakow in die stadt wir sprachen kein wort milchwagen klingelten in die dämmerung der flieder rief schon stark von allen seiten zwei abgeschlossenheiten wanderten wir nebeneinander sie und ich jedes für sich unerreichbar dem anderen zwei eingemauerte pochende leben die nie ineinander werden verfließen können und doch eine heilige mit ihrem haar hat sie die füße des jesus getrocknet der morgen nicht nur für diese erde geschaffen schwebte hinab und wieder zur höhe sinaitas schritt klang mit seiner zarten ungleichmäßigkeit auf der harten straße wie auf einer mächtig gespannten seite ganz leicht in der fernsten ferne meiner selbst hörte ich den heiligen marsch ja den marsch des mystischen militärs das aller marcha der neunten symphonie ich hörte es nahen ach noch in der unendlichkeit der unsichtbaren sternbilder fielen die paukenschläge und wiegten sich die schwebenden schritte der zahllosen aber näher wälzt sich schon das meer der leichtfüßig geharnischten ein schuss eine explosion das leben kommt mit dem schrei eines erwachenden ohnmächtigen zu sich und begräbt in den tiefen seines erlösten stroms die trümmer der individuen dann werde ich eins sein mit ihr eins auch mit dem feind dem vater die nächsten tage verbrachte ich in der angestrengtesten weise mit den vorbereitungen zum attentat ich hatte das parkportal in es gewählt ich nahm an dass die große taxus allee am morgen des 30 mai für das publikum gesperrt sein würde während der platz vor dem eingang dem verkehr offen bleiben dürfte um jedes aufsehen zu vermeiden zur vorsicht wollte ich aber in dem großen hotel das dem kaiserlichen sitz gegenüber lag übernachten um zu jeder zeit als gehörte ich zu den aufsichtsorganen auf den platz hinaustreten zu können sollten die gäste des hotels unter kontrolle stehen so würde der bekannte name den ich trug gewiß kein misstrauen erregen mein plan war bis in die letzte möglichkeit einer überraschung ausgearbeitet zur vollstreckung des todesurteils hatte ich eine wurfbombe mit höchst brisanter ladung gewählt fünf tage nur trennten mich von dem großen datum die ersten zwei brachten ereignisse von wichtigkeit für mich sinaida hatte plötzlich meine hand ergriffen ehe ich aber noch ein wort sagen konnte war sie mit einem gequälten gesicht davongegangen und ließ sich an diesem abend nicht mehr blicken zum zweiten hatte mich um die nächste mittagsstunde ein mann in etwas arrangierter vernachlässigung angesprochen und sich nach seinem freunde beschützer erkundigt mit dem er gemeinsam in landen wie er vorgab das comité de l'action direct geleitet hatte er sei ein alter kamerad versicherte er einer der ältesten überhaupt hätte zuletzt in der omladina gewirkt und würde mir sehr dankbar sein wenn ich eine zusammenkunft zwischen ihm und dem alten heim vermitteln wollte dessen aufenthaltsort er nicht wüsste ich fuhr den mann an wie er es wagen könne ein offizier zu belästigen und ließ ihn stehen sollte man mir auf der fährte sein war das einer der vorausgesandten russischen spitzel ein fremder wußte von mir unter den tausend leutnants auf den straßen hatte er mich herausgefunden ich war gewarnt und unterließ es an diesem abend das haus der verschwörer aufzusuchen unruhe verlieh mir eine übermäßige wachheit ich musterte alle vorübergehenden scharf und es war mir als wären hundert verfolger unter ihnen das dritte denkwürdige ereignis war ein brief der generalin meiner stiefmutter hier ist er mon cher warum beleidigen und agassieren sie ihren vater durch andauernde nichtachtung und nicht beachtung damit handeln sie vor gott und den menschen nicht recht ihr vater ist ihr wohltäter vergessen sie das nicht er selbst hat es mir in einer stunde erbitterter kränkung über sie versichert sie sind ihm dank schuldig er hat ihnen das leben gegeben er hat ihnen eine standesgemäße erziehung zuteil werden lassen seine aufmerksamkeit nie von ihnen abgezogen und sie gefördert wo es nur anging und wie haben sie es ihm vergolten durch kälte indolenz und durch eindeutiges fernbleiben sollten sie allein es sein der nicht weiß dass feldmarschall leutnant duschek nicht nur einer der ausgezeichnetsten führer unserer armee sondern auch der beste mensch ist der überhaupt lebt und dann ihr vater ist krank sehr schwer krank und gott allein weiß ob er uns noch lange erhalten bleibt hüten sie sich vor der reue die einst dem ungetreuen sohn schwer auf der seele lasten müsste noch ist es zeit vieles gut zu machen durch einen herzhaften gütigen schritt missverständnisse aus dem weg zu räumen noch ist zeit das ist es was ich ihnen in mütterlicher freundschaft sagen wollte ihre natalie ich warf den brief wütend in einen winkel wohltäter über diese ungeheure frechheit hätte man sich todlachen können aber er ist krank und ich wußte es nicht welche leiden muß er wohl in den nächten erdulden vielleicht hilft ihm brom und morphium nichts mehr und dann er der unnahbare souveräne der drübersteher er leidet unter meiner kälte und vernachlässigung also muß er ja nach meiner wärme und teilnahme verlangen tragen wie ist das er besitzt in mir seinen sohn aber wünscht er sich nicht einen sohn der seine interessen teilt der ihm gefällt elegant und erfolgreich ist ein offizier von schick und schneit der mit ihm über das mai und november avancement plaudert dieser sohn bin ich nicht all das was ihn angeht was seine sphäre ist hasse ich aber er er allein ist schuld an meiner feindschaft hat er mich nicht nach seinem bild gedrillt mich in seine fußstapfen gezwungen kalt herrisch unverständlich meine jugend in ein zuchthaus verdammt rache dafür halt welch ein gedanke er der kranke mann leidet unter meiner kälte ist es möglich war seine abweisende haltung gegen mich von jeher nur die folge meiner abweisenden haltung gegen ihn unmöglich und doch ein kind kann ja tief beleidigen oder stehen wir beide vor einem unbegreiflichen gesetz uns in der ferne suchen und in der nähe hassen zu müssen ich verjagte diesen für mich gefährlichen gedanken denn ich fühlte wenn die geringste regung für meinen vater den alten kranken menschen mich erfasste ich könnte meine tat im stiche lassen und selbst sinai da von nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff am morgen des 27 mai ging ich mit meinen freunden in die auen des großen stroms hinaus die neuen bomben sollten ausprobiert werden es war eine wundersame wildnis wo wir halt machten wildgänse reier störche zogen über uns dahin libellen und milliarden insekten zitterten über den urverschlingungen dieses dschungels der nur ein wenig seit ab von der weltstadt lag die explosion verwundete einen großen fasanenartigen vogel der aus den ästen einer esche ins gras fiel und tiefsinnig regungslos mit den offenen augen der erkenntnis liegen blieb schweiß der scham und des verbrechens brach mir aus allen poren wie habe ich gestern noch mich als erlöser gefühlt nun hatte ich ein fleckchen dieses sterns mit blut gefärbt von diesem augenblick an erfasste mich das bewusstsein meines vorhabens mit ganzer wucht ich ertrug weder zu sitzen noch zu stehen meine glieder zitterten mich peinigte ein unlöschbarer durst ich trank ein glas wasser nach dem andern ich floh zu den träumen des opiums als ich ermattet das achteckige turmgewölbe verlassen wollte stand ich plötzlich vor sinaida auf ihrem bleichen gesicht fand ich neue schatten sie trug einen großen bernsteinschmuck der dumpfe strahlen warf schreck und süßes herzklopfen nahmen mir den atem auch sie auch ich seitdem mich die furien verfolgen sie verschränkte die finger ineinander als wollte sie sie zerbrechen ich fasste mut warum haben sie vor zwei tagen meine hand genommen und sind dann fortgelaufen sinaida ich habe mitleid mit ihnen gehabt sie sind ein kind ein kleines kind wieso denn mitleid sie haben mehr auf sich genommen als sie wissen attentat sinaida sah mich langsam an wie unsachlich sind doch die männer die sachlichen die objektiven noch kein mann hat etwas gutes und schlechtes etwas großes oder niedriges aus einem anderen grunde getan als sich selbst zu erhöhen was sind denn all eure entschlüsse und taten wert ich habe noch keinen mann gesehen der wirklich gelitten hätte ihr könnt an nichts anderem leiden als an der erniedrigung eurer persönlichkeit und darum misshandelt ihr die welt so gibt es denn ein anderes leiden oh es gibt nur ein leiden dieses wort müssen sie aber sehr weit verstehen das leiden der mütter kennen sie dieses leiden sinaida ich kenne dieses leiden so sind so so waren sie selbst mutter sinaida fuhr langsam mit der hand über ihr haar dann sagte sie sehr einfach nein als ich schwieg sah sie mich mit in der ferne beschäftigten blicken an nein ich war niemals mutter und und ich werde es jetzt auch niemals mehr werden oh sinaida ich hätte auf die knie fallen mögen diese heilige ich sagte alles alles wird ihnen in erfüllung gehen sie zog ihre hand zurück die ich nehmen wollte nein niemals mehr ich bin im vorjahre schwer krank gewesen seither ist diese hoffnung vorbei im übrigen die gerechte strafe strafe sie schloss die augen ja und sehr gerecht plötzlich sagte sie mit leichterer stimme in zwei tagen werden sie einen revolver abdrücken aber ich warne sie klopft es in ihrem zimmer des nachts als wären die wände hohl sind sie in der dämmerung auf der hausstiege einem alten herrn begegnet der ein trauriges gesicht macht und dessen schritte lautlos sind meist trägt er einen unmodischen zylinder seine silberne uhrkette funkelt was fragen sie da kennen sie die oper freischütz freischütz ich hörte dieses wort immer wieder begegnet es mir ich sah den vater vor mir nicht weißhaarig nein mit jenem vergangenen gelben gesicht ah gewiß kennen sie diese oper da zielt einer ich weiß nicht mehr worauf aber er trifft seine geliebte zum schluss wird alles gut weil sich der himmel einmischt aber dennoch die freikugel wird von den mächten gelenkt höhnisch gelenkt von den mächten die in unseren wänden klopfen die uns auf den treppen begegnen haben sie furcht ich könnte mit der bombe mein ziel verfehlen oh schweigen sie flüsterte sinaida und presste den finger an den mund ihr blick strahlte irrsinnig auch ich habe geschossen sie sie sinaida schwieg lange auch ich glaubte die menschen zu lieben nein nicht lieben sie rächen zu müssen ich suchte das eitle erlöserleiden es war damals in thula mich die neunzehnjährige studentin traf das los der vollstreckung ich sage ihnen jener tag war der schönste frühlingstag den man sich nur denken kann ich stand zitternd an meiner straßenecke und die laue sonne blendete mich in der tasche hielt meine hand den revolver umspannt die uniform des großfürsten blitzte aus dem wagen neben ihm saß sein sechsjähriges töchterchen dieses süße schöne geschöpf oh oh dieses kleine liebe mädchen ich tötete nicht den großfürsten ich tötete das kind sinaida schweigen sie doch ich habe für immer mein kind getötet gott ich hoffe nur eins dass ich selbst bald zugrunde gehe am besten heute noch heute noch sinaida schrie ich auf ich liebe sie für all das sie schöne sie heldin noch tausendmal mehr sie trat zwei schritte zurück das erste mal zeigte sich ihr gebrechen stark was wollen sie gehen sie doch rief sie der abend war gekommen wir hatten uns im keller versammelt der fluss gröhlte die windlichter umzirkten nur einen kleinen kreis von helligkeit rund um uns dehnte sich das riesige gebölbe wie ein unabmessbares felsengrab das schwamm und feuchten moderduft mit unterirdischen atemstößen aushauchte heute sollten wir das letzte mal zusammen kommen denn daß ich als anarchist angeredet worden war und noch andere anzeichen ließen ahnen daß man uns auf der spur war die peinlichsten vorsichtsmaßregeln wurden beobachtet wir alle waren auf hundert umwegen um unsere verfolgerirre zu führen hier zusammengekommen ich saß zwischen Chaim und Sinaida jeder murmelte leise mit seinem Nachbarn ich hielt die Hand Sinaidas sie entzog sie mir nicht alles was sie mir heute erzählt haben zeigt mir wie viel tiefer im Leben sie sind welch einen Vorsprung sie vor mir voraus haben was war ich denn ein kleiner, gekränkter, rachsüchtiger Feigling aber jetzt jetzt ist mir als könnte ich tausend Meter hoch springen fliegen und durch Mauern dringen wie ein Engel ich will leiden jedes Leiden auf mich nehmen nur um ihnen zu gleichen sie wissen nichts von mir sie wollen gewiß auch nichts von mir wissen jetzt aber nehme ich Abschied von ihnen für ewig denn ob es mir gelingt oder misslingt ich habe mein Leben fortgeworfen und werde es höchstwahrscheinlich nicht in kurzer Zeit lassen müssen aber daß es so ist erfüllt meine Seele mit Glück denn wer bin ich um ihnen nahe kommen zu dürfen sie zog fein ihre Hand zurück und sagte es ist gut daß wir voneinander Abschied nehmen müssen mir fehlt ja alles das wichtigste wem kann ich noch etwas sein ich hörte einen Klang in ihrer Stimme der sich mir entgegen neigte und dennoch alles war so hoffnungslos plötzlich krampfte sich ihre Hand zur Faust sie flüsterte wie geistesabwesend tun sie es nicht überlassen sie es Hippolit überlassen sie es Jägor dann als wüßte sie nicht was sie eben gesagt hatte gleichmütig ja wir werden uns wohl nicht wiedersehen wir alle nicht in vier Tagen werden sie vor dem Untersuchungsrichter stehen und wir nun wir auch wenn wir nicht sogleich ausgeliefert werden doch es ist gut so endlich eine Hand legte sich auf die meine Beschützer wandte sich mir zu seine schweren Tränensäcke die roten Liedränder gaben ihm ein trauriges und müdes Aussehen in keinem Augenblick der Prüfung Bruder vergiß die Sinnlosigkeit des Lebens bedenke daß all unser Treiben Essen Trinken Reden Schlafen Spielen der wahre Tod ist und daß wir unser leben erst vom tode erwecken indem wir ihn zu einem gewollten ziel erheben und dadurch zum leben aller leben machen reicher an entzückungen freuden ekstasen und glückseligen schmerzen als nur einer ahnt ich bin alt genug um zu wissen daß aller ideologische hochmut und alle erlösermühe vergeblich sind aber was ist der sinn dieses sinnlosen menschenlebens ich sehe nur einen sinn niederen wahn mit höherem wahn zu vertauschen du fragst mit recht was heißt denn das höherer wahn was ist der gradmesser allen wahns nun lieber bruder duschek ich gebe dir zur antwort der wert eines wahns nimmt mit abnehmender dichtigkeit seiner egoistischen tendenz zu das ist doch klar im übrigen höchster zweifel bei höchster illusionskraft ist die lebenskunst des wahren genies wahnfähigkeit zeigt ein großes herz zweifelfähigkeit einen starken kopf eins ohne das andere ist ekelhaft ekelhaft sind mir die illusionisten was ich sag's grad heraus die romantischen goim fast noch ekelhafter aber sind mir die jüdischen entwerter ist was wir vorhaben was wir tun nicht romantik es ist holst der teufel es ist trotz allem hoffnung noch andere lehren gab mir der alte angst ist immer ein irrtum wiederhole dir diesen satz mit ruhiger innerer stimme immer wieder angesichts der tat und vor gericht dieser satz ist eine arznei er lehrt dich das leben richtig einschätzen was kann ihr denn geschehen bedenke dass unsere natur so gnädig ist nur so viel schmerz bewusst werden zu lassen als sie ertragen kann und das ist gar nicht so viel drei viertel unserer schmerzen sind einbildung das etwas wehe tut pure konzentrationen der aufmerksamkeit auf eine recht geringe schmerztatsache das ticken einer taschenuhr in der stille der nacht oder gar im traum gleicht den mächtigen axtschlägen der holzhacker nichts anderes ist es mit unseren schmerzen die des menschen angsterfüllte aufmerksamkeit übertreibt noch an einen ausbruch beschitzers erinnere ich mich jeder anständige mensch glaubt an zweierlei an die unsterblichkeit des lebens und an die geringfügigkeit alles individuellen wie kann also der tod furchtbar sein da ja das leben unsterblich und der bestand des gerade so und so geborenen ich weiter nicht wünschenswert ist und denen wir der unsterblichkeit des lebens die wir mit unserer form zu verlieren zittern nicht am besten indem wir den passiven tod ausschalten uns dem unsterblichen lebensstrom der liebe anpassen und einem menschen oder einer wahrheit zuliebe den tod willkürlich erleiden heroismus ist nichts als höhere intelligenz eine stunde war vergangen der alte erhob sich und gebot schweigen die zeit ist da wir müssen abschied voneinander nehmen und uns in der stadt und in den dörfern so gut verbergen als nur möglich ob wir ergriffen werden oder frei bleiben keiner darf vom andern das geringste wissen ihr vermeidet es euch zu begegnen einzig und allein ich bin es den ihr an dem bekannten ort und zur bekannten stunde aufsuchen dürft und nun genug schweigend traten wir zueinander schweigend umarmten wir uns ich wusste keinen werde ich je wiedersehen sinaida über ihr strenges gesicht lief keine träne sie stand ganz still ihre augen warteten und zogen einmal ganz kurz zuckte ihr mund sie machte ein schrittchen nach vor langsam das erste und letzte mal im leben neigte ich mein mund diesem wahnsinnig zärtlichen duft entgegen und küßte sie wilder ruf gellte grell brach ein lichtquadrat durch die aufgeklappte falltüre der schiefäugige schwankte mit seiner diebeslaterne hinab keuchend damn it soldiers policemen fifty hundred five hundred run away flee i am lost every door is guarded viele menschen drängten sich durch die falltüre traten aufeinander fielen die stiege hinab kämpften um den eingang oder kugelten sich auf dem boden unseres kellers sie glichen im scharfen licht der blendlaterne strapazierten puppen eines jahrmarkttheaters der neger in weißem flanellanzug gebärdete sich wahnsinnig der matrose kroch am boden der syphilitiker grüßte gleichmütig und klapperte mit den goldstücken in seiner hosentasche der messner und einige gespenster jammerten laut verdächtige paare in unordentlicher kleidung schlichen verstört umher und hatten noch nicht die besinnung gefunden die ausgelöschten kerzenleuchter die sie in der hand trugen wegzustellen die männer nestelten nervös an geheimknöpfen ihres anzuges die weiber kreischten roh und schleiften schlampig breiten schrittes die schnürriemen ihrer hohen stiefel nach breitspurig hohnlachend stand der riesige kerl in uniform da und kratzte sich ungerührt den hintern es war ein sinnlos tolles wirbeln gedämpftes jammern und pssst rufen eine stimme die türe zu eine andere noch nicht es sind noch nicht alle da wer fehlt noch die opiumraucher durch die falltüre floss das übernatürliche mondlicht in dem kraftlosen strahl tanzten die stäubchen abgewandter welten und jetzt geschah etwas seltsames langsam und mondsüchtig jeder mit einer kleinen kerze in der hand abstandhaltend im gänsemarsch stiegen die opiumraucher die steile treppe hinab allen voran herr seebär von seinem zylinder hatte sich der trauerflor losgelöst und wehte hinter ihm her wie eine fahne für die anderen jetzt erst in diesem verwesungslicht bemerkte ich daß die meisten dieser alten männer backenbärte trugen dünn und zerflattert die werden fiel mir ein an der totenmaske hängen bleiben endlich waren alle unten keiner muckste wie eine gesellschaft von durch ein erdbeben aus dem spital gescheuchten sterbenden bewegte sich alles im schein der windlichter durcheinander auslöschen schrie einer plötzlich ich fand sie naida und ließ sie nicht von meiner seite jetzt brannte nur mehr ein einziges gut abgeblendetes licht es geschah daß sich alle um mich scharrten und mich gleichsam durch stumme abstimmung zum führer wählten ja und das war ich auch niemals vor soldaten an der spitze meines zuges selbst wenn ich hinter der regimentsmusik her durch das städtchen marschierte hatte ich mich als führer gefühlt hier aber war ich führer entschlossenheit klopfte gleichmäßig in mir ich schnallte mir den säbel um ordnete bedachtsam die rückenfalten meines waffenrocks zog die handschuhe an und ließ meinen blick über die aufgestörten schatten schweifen die mich anrührten wie einen helfer einen retter meine freunde die russen standen wortlos um das einzige licht das kaum einen strahl hergab sie verschmähten es sich in den winkeln der riesigen kellereien zu verstecken sinaida war in dem augenblick von meiner seite getreten als ich mir gewiss mit einer allzu ausgreifenden bewegung den säbel umgeschnallt hatte nun stand sie stumm trotzig und unbestimmt da während ihr allein das licht eine schwache weiße hand auf die stirne legte ich erschrak denn ich sah in der großen finsternis nichts anderes als diese weiße hand auf der stirne der sinaida die würdelosen spieler drängten sich um mich jammerten fluchten prallten ebenso die halb bekleideten dirnen und ihre gäste mit offenem zahnlosen mund verschwundenen augen und flatternden härchen gingen die alten opiumschläfer einzeln hintereinander immer im kreis ihre schwarzen röcke einstmals straff für die weltbeherrschenden hüften unerbittlicher bankdirektoren theateragenten und präsidialchefs geschnitten schlotterten wie zerzauste rabenflügel um ihre verkrachten gestalten wie vor einer front schritt ich auf und ab ließ meinen säbel schleppen und sah mir auf die füße in diesem augenblick hatte ich den zaren das attentat alles vergessen ein wüstes machtgefühl in mir hier dies waren meine leute das war meine armee meine truppen die zu mir gehörten diese spieler lumpen schnapphähne zuhälter huren hurenbolde opiumraucher und auch jene hohen unerschrockenen die ihr leben schon hundertmal hingeworfen hatten die niemals ihrem leib ein anderes recht gaben als das für den gedanken zu dulden und sie auch sie ja alle hier waren meine soldaten in diesem unterirdischen reiche in diesem wahren hades war ich ihr feldherr und ich hielt es nicht mit achill der lieber tagelöhner eines bauern im licht sein wollte als die ganze schar der abgeschiedenen schatten beherrschen mein säbel schrillte über die steinfliesen des kellers keiner wagte es mir den verräterischen lärm zu untersagen mit ihnen allen wollte ich meinen krieg führen es komme wer da will niemand soll sich beklagen daß ich ein schlechter offizier sei auch er nicht auch er nicht die stimme beschützers wurde laut ruhe ihr leute ruhe die weiße hand von der stirne sinaidas war verschwunden nun lag eine schwarze auf ihr und jetzt hatte jemand das letzte licht ausgelöscht finsternis kein atemzug nur der chinese wimmerte vor sich hin soldiers soldiers plötzlich donnerten wuchtige stiefel über die falltüre noch waren wir nicht entdeckt die schritte verschwanden kehrten wieder verschwanden jetzt mußte sich unser schicksal entscheiden fast hatte ich angst man könnte die falltüre nicht finden ich dürstete nach einem kampf wenn alles still zu unseren häupten würde oh ich könnte es nicht ertragen das kellergewölbe war groß führte unberechenbar weit unterm fluss fort zu fliehen sich zu verbergen einen ausgang zu suchen wäre nicht schwer gewesen keiner aber rührte sich die herde ich fühlte es wartete auf meinen befehl nur die russen schienen in der finsternis abseits zu stehen wo war sinaida ich befahl nichts wenn sie doch nur kämen wenn sie doch nur kämen ein toller gedanke packte mich er wird an ihrer spitze stehen der general der vater ist er denn nicht chorkommandant der residenzstadt ja das ist er also stellt er zugleich die oberste instanz aller garnisons inspektionsoffiziere vor es ist klar überdies ist er krank und kann nicht schlafen kein mittel hilft ihm mehr was bleibt ihm denn anderes übrig dem dienstfanatiker als in der nacht gepeinigt von schlaflosigkeit aufzustehen sich an die spitze der streifung zu stellen und die anarchisten auszuheben denn ich weiß es er ahnt er ahnt nie mehr wird die gelegenheit unseren kampf auszutragen so günstig sein als heute er muss kommen er muss ich fürchte mich nicht keineswegs er muss kommen höchstpersönlich als general der er ist verflucht herzklopfen da jetzt stampfte vorsichtig und prüfend ein fuß auf der falltüre ein zweites mal zum dritten mal eiskörner rieselten mir langsam den rücken hinab so es war geschehen die türe knarrte wurde aufgehoben und starkes licht warf sich über unsere finsternis sogleich stellten sich raim und die freunde mir zur seite ich fühlte sie naider es waren etwa zehn polizisten und ein zug infanterie die bereitschaft einer kaserne welche eindrangen und uns im kreis umstellten das militär stand gewehr bei fuß die polizei mit offenen revolver taschen erst viel später stiegen schwatzen zigaretten rauchend offiziere die treppe hinab ihnen folgten einige gendarme mit laternen und elektrischen taschenlampen ein major und zwei hauptleute die uns ohne viel erstaunen betrachteten und noch immer die zigaretten nicht fortwarfen unwillkürlich waren alle eingeschlossenen hölzern und gleichgültig zu automaten geworden nur der riesige uniformierte der erst noch so frech sich gespreizt hatte nun lag er wie fortgeworfen unterm tisch die greise hatten ihren mysteriösen rundgang unterbrochen sie blinzelten und verstanden vom ganzen nichts ich selbst hatte im kopf das unangenehme gefühl als müßte mir jeden augenblick ein stein gegen den schädel sausen endlich unterbrach der major das gespräch mit seinen begleitern trat in den kreis den die bewaffneten bilden und schrie sie alle sind verhaftet es hat sich keiner zu bewegen ich werde jeden einzelnen herausrufen er hat seine personalien dort dem feldwebel zu diktieren also vortreten verstanden keiner muckst da ließ ich meinen säbel gelassen über die steine scharren und trat gleichgültig dem buschbärtigen alten offizier entgegen herr major haben hier niemanden zu verhaften als ich das so nachlässig näselte wunderte ich mich sogleich daß ich es nicht fertiggebracht hatte die dritte person des militärischen respekts zu vermeiden der major jappte blutrot wer sind sie leutnant duschek und diese leute hier stehen unter meinem schutz 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 so was schutz frechheit brüllend sie haben selber schutz nötig sie 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 wie heißen sie er stülpte seine ohrmuschel vor ich schrie nun meinerseits die militärische vorstellungssitte aufs gröbligste verletzend duschek ist mein name wenn sie's wissen wollen was tun sie hier sie was haben sie jetzt zu suchen sie zu reden sie ich brachte langsam mein gesicht ganz nahe an das seine sah ihm in die aufgerissenen augen das geht sie gar nichts an der major trat glucksend hinter sich jetzt hingen ihm die augäpfel aus den höhlen wawa was rebellion auflehnung insubordination dienstreglement seite seite zugsführer woitek grillmann kunz stiepern den leutnant abführen den herrn leutnant führen sie ab oben warten sofort die aufgerufenen soldaten wollten sich mir nähern niemand wagt mich anzurühren ich sagte das ruhig und ohne viel stimme die vier blieben stehen major stöhnte ich degradier ich degradier dienstbuch abführen ihr hunde abführen die beiden hauptleute machten einige unwillige schritte mir entgegen da krachte ein schuß peitschte dicht über den kopf des majors und fuhr irgendwo in die mauer hippolit stand mit erhobenem revolver da sogleich riß einer der hauptleute seine große dienstpistole aus der tasche die kugel piff nur ganz kurz wankte sinaida ich sah sie von ihrer stirne war die schwarze und die weiße hand verschwunden mehr sah ich nicht fort mit dem säbel ich warf mich auf den major oh wie das wohltat diesen hals zu würgen wo war sinaida konnte sie mich sehen merkwürdig dieser dicke major wurde immer dünner geringer der hals immer wesenloser wesenloser was soll das der ganze kerl ist ja ein grobes taschentuch das ich hin und her schwenke in diesem augenblick traf mich der kolben und ich verlor die besinnung nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff ich erwachte nach einem tieferquickenden fast möchte ich sagen gesunden schlaf auf der inquisiten abteilung des alten garnisons spitals hinter den vergitterten fenstern unerhörtes blau eines sommermorgens ganz leicht nur schmerzte mich der kopf die beule die ich mit der hand abtastete schien gar nicht allzu wesentlich nirgends blut mein erster gedanke war der wievielte mai ist heute ich strengte mein gehirn an zu ergründen wann das alles sich begeben hatte was hinter mir lag war der zar schon abgereist regierte er überhaupt noch und sinaida ist etwas geschehen angst wollte nicht glauben daß etwas geschehen sei mit ganz leichten doch unsicheren gliedern kleidete ich mich an den säbel hatten sie mir weggenommen oder hatte ich ihn selbst fortgeworfen wann damals gestern nun stand ich auf meinen füßen übermäßig durchströmte mich beseligung ich trat ans fenster zu diesem armen vergitterten loch das man in die dicke mauer gebohrt hatte dennoch überwältigt blauer himmel blauer himmel oh ich begriff ihn christus den so unbegreiflichen ich begriff ihn du selig schlauer genießer du für die menschheit sterben das glaube ich plötzlich sah ich eine konditorei vor mir der ladentisch biegt sich unter der last von schaumrollen die generalin in dem neuen schönen kostüm meiner mutter schwelgt im genusse der näschereien ihre gefärbten haare sind hochauf onduliert sie zeigt eine verschrumpfte zungenspitze an der ein tropfen schlagsahne hängt christus christus exzellent exzellent lispelt die generalin und bekreuzigt sich ich schrieb mir die augen wie wild du doch spielst phantasie und dieses gefühl von größe und aufopferung in meinem herzen was war nur mit sinaida gestern wie sieht sie denn aus ich konnte und konnte mich nicht besinnen jetzt sah ich mich in der stube um fünf eisenbetten standen an den wänden über jedem bett hing eine schwarze kopftafel was war das so viele tafeln ohne chemische formeln und dann diese betten das war ja wie im institut da standen zehn eisenbetten in jedem zimmer zehn eiserne schlafkerker aber sie waren viel viel kleiner natürlich wir sind ja damals noch knirpse gewesen pfui teufel wie kann man denn nur kinder die doch so sehr gesunden schlaf brauchen des nachts in solche kotter sperren das muss anders werden schrie ich wütend da erwachte einer und wälzte sich auf seinem bett es war mein einziger nachbar hier in diesem zimmer ich war ja immerhin noch offizier und durfte deshalb in einem schwach belegten extrazimmer liegen der mann seufzte versuchte von neuem einzuschlafen stöhnte qualvoller setzte sich endlich auf jammerte vor sich hin nicht einmal ehrenrat nicht einmal ich trat an sein bett was war nur mit meinem kopf nachbar erklärte ich wir müssen niedrige illusionen gegen höhere illusionen eintauschen aber ohne illusionen geht es einmal nicht ab er wurde wütend und spuckte aus dennoch erzählte er mir später seine geschichte als hauptmann rechnungsführer der er war hatte er geschäfte mit errarischem gut gemacht wer tut das nicht aber den schuften kommt man nicht darauf immer saust nur der anständige mensch herein niederträchtig ist das urteil zwei jahre garnison und was dann was soll ich mit der familie tun fünf unmündige köpfe denn die frau ist strohdumm und hochnäsig eine richtige generalstochter ach die gute die gute sie wird mich nicht mehr achten können und ich nicht einmal als offizial werde ich mehr unterkommen mein gott mein gott ich setzte mich zu ihm streichelte seine hand sie werden leben das ist herrlich ich aber werde sterben das ist herrlicher ich möchte nur wissen ob das gesetz den galgen vorschreibt oder ob einfach ein detachement kommandiert wird ein offizier ein profos sechs mann zwei spielleute dann an die wand mit mir ein wenig seit ab der aufgeklappte sarg den der regimentsarzt abklopft als wäre es ein patient und dann gut die binde ums aug aber ich bitte mir eine seidene aus das wäre mir viel lieber als die peinliche zivilistische zeremonie ich freue mich mein wort ich freue mich darauf es ist ein opfertod sagen sie nichts es ist ein willkürlicher opfertod soll ich ihnen ein geheimnis verraten ich flehe sie an lachen sie nicht was die menschen verbrechen nennen es ist eine mystische höhere art der anbetung gottes ich redete sinnlos der rechnungsführer war böse drehte sich zur wand brummte kuschner mittags fand ich in meinem brot als ich es aufschnitt diesen zettel der die handschrift beschitzers trug gräme dich nicht deine tat erübrigt sich er nikolai alexandrowitsch romanoff hat seinen besuch abgesagt ich bin dank der organisation befreit worden auch du fürchte nichts sei schweigsam lass dich nicht überrumpeln sie wissen gar nichts rechtes mein herz ist sterbensmüde ein wort noch stand auf dem zettel es war aber ausgestrichen mit einem dicken strich ausgestrichen das wort sinada ich zündete ein zündholz an und verbrannte langsam das papier ihr name ist ausgestrichen vom zettel des lebens es ist klar sie ist tot sie ist tot diese fremde sie stand in thula an einer sonnigen straßenecke im frühling in thula oder war es in thule wer weiß das sie schoss und traf ein kind ihr kind es war eine freikugel wie sah sie denn aus ich weiß nicht doch an den mund und an ihren duft erinnere ich mich ihr mund war müde herabgezogen aber ihr duft war stark und wild und dann o gott ich war ich bin verliebt in ihr leises hinken in diese süße gebrechlichkeit was ist mit ihr ist sie tot ach das steht nirgends aber auf dem zettel der eben verbrennt war ihr name ausgestrichen sie ist tot doch warte nur auch ich werde sterben auch ich bald bald tremolo sublima geigen in meiner seele das göttliche schlussduett aus verdis aida o ruhige ungebrochene wehmut der starken herzen vor dem unabwendbaren leb wohl o erde o du tal der tränen verwandelt ist der freudentraum in leid ich bin ja kein mensch ich bin ja nur ein seitenspiel niemals konnte ich so recht über menschliches immer und jedesmal über musik weinen meine tränen machten mich magisch und magnetisch mich verstoßenen und hässlichen dessen gesicht schon in der schule niemand leiden mochte ja ich wollte auch nichts menschliches für mich aber ein zauberer sein unsichtbar nachts mit riesigen rabenflügeln über die städte der menschen fliegen auf bergenruhen in der morgenröte gefalteter fittiche mit unterschlagenen beinen auf wiesen von thymian und alpenrosen sitzen ewig einatmen den heiligen duft der zyklame dann aber sich wieder erheben langsamen fluges in abgründe und schluchten starren wo die fernen schleierfälle des gebirges sausen in der gestalt des nachtfalters wenn der mond scheint durchs offene fenster in die wohnstuben der familien schwirren um die lampe taumeln wenn der kleine kadett es sind ja ferien seine fleißarbeit anfertigen muß und sein vater der hauptmann den zigarettendampf durch die nase stößt böses bringen den bösen gutes bringen den guten allen kindern gutes bringen die mittagssonne gitterte noch immer auf dem schmutzigen spitalsboden ich aber schwebte als zauberer über meinem bett und schlief ein schlief den ganzen tag schlief die ganze nacht und noch länger am nächsten tag wurde ich nach der ärztlichen visite dem untersuchenden auditor im garnisonsgericht vorgeführt aus seinen fragen erkannte ich sogleich dass er von dem anschlag auf das leben des zaren keine ahnung hatte mir selbst kam in keinem augenblick der gedanke hat reim fantasiert ist die zarenreise eine erfindung gewesen während des verhörs kristallisierten sich drei anklagepunkte erstens umgang mit hochverräterischen und staatsgefährlichen aus und inländischen individuen zweitens verbrechen der insubordination drittens tätliche misshandlung eines höheren der auditor schüttelte ununterbrochen den kopf ein duschek von sporentritt wie ist das möglich ich begreife sie nicht wie konnten sie sich so vergessen er wollte mir helfen nicht wahr sie waren in endorf beim heurigen gut man ist jung man will sich amüsieren aber ein honetter mensch das sollten sie wissen liegt bei solchen anlässen des bürgers kleid an sie haben eins über den durst getrunken na auch das verstehe ich auf dem heimweg nicht mehr ganz ihrer selbst sicher geraten sie an ein mensch was an eine prostituierte meine ich natürlich das muß aber eine von der saubersten sorte gewesen sein das weib zieht sie in das hotel zum loch wie es in der gaunersprache heißt in dieses haus wo gegen jedes bordell ein adeliges damenstift ist so etwas wissen sie denn eigentlich wo sie sich befunden haben unter dem schwärzesten gesindel unter banditen und nihilisten unterm abschaum in der kloake nicht dieser stadt allein sondern aller metropolen der welt pfoi teufel sie wollen sich nochmals pfoi teufel gerade mit ihrem mensch wie soll ich mich nur ausdrücken zur ruhe begeben da weckt sie die pfeife dieses chinesischen gauners dem man schon dutzendmal das handwerk gelegt hat aber der schuft ist amerikanischer staatsbürger also das gepfeife weckt sie aus ihren so süßen träumen streifung weiß ihre dame sogleich und schleppt sie zugleich mit all den anderen in den keller hinunter und in ihrer volltrunkenheit vollführen sie dann diesen unerhörten exzess der ihnen die goldenen sterne kosten wird man lieber jawohl mindestens die goldenen sterne also jetzt fassen sie sich ich werde was ich ihnen hier geschildert habe denn anders kann es sich ja gar nicht abgespielt haben zu protokoll nehmen ich werde ihnen jedes wort vorsprechen unterbrechen und verbessern sie wo sie nur können sind sie einverstanden herr auditor ich bin nicht einverstanden was sie sind nicht einverstanden himmel herr gotts donnerwetter waren sie betrunken ja oder nein nein der auditor wurde eisig dienstlich er nahm ein blatt papier und setzte den bleistift an was haben sie mir also zu sagen ich schwieg er stampfte ungeduldig mit dem fuß ich warte ich bitte für heute das verhör zu unterbrechen gut wie sie wollen ich hatte zwar die absicht sie vorläufig ihrem dermaligen kommando zur verfügung zu stellen es ist auch ein besonderes dienststück gekommen aber sie wünschen es selbst anders ich danke die ordonnanz trat ein ich wurde abgeführt auf den korridoren des spitals schlichen die armen bauernjungen mit den unreinlichen krankheiten des soldatenstandes behaftet sie hatten blauweiße lazarettmäntel an und pafften ihren kommis tabak manche waren darunter denen ich es ansah daß sie aus dem letzten loch pfiffen wie hatte man nur diese jammergestalten assentieren können doch wer hatte danach gefragt als ich assentiert worden war damals wo ich noch in die volksschule gehört hätte aus der geschlossenen abteilung der überwachungsstätte für geisteskranke brach großer lärm die gepolsterte türe wurde aufgestoßen und zwei wärter führten einen halbnackten mann über den gang der heftig brühlte und grimassen schnitt als er meiner ansichtig wurde blieb er stehen und hielt mit einem mächtigen ruck auch seine führer zurück herr leutnant es war ein gurgelner dialekt herr leutnant herr leutnant i bin luther ob's wohl's oder net herr leutnant i bitt gehorsamst so sollen's glauben sonst sakra i bin luther und i moog keinen heilen vater nöt haben i moog keinen heilen vater nöt die wärter rissen ihn fort lange noch hörte ich ihn heiser lamentieren konne ihn vater vor der türe meines zimmers das abseits lag und vor dem der gang durch ein gatter abgeteilt war verließ mich der wachposten und fing an eintönigen schrittes auf und ab zu patrouillieren wollte ich ein bedürfnis verrichten nahm er mich wieder in empfang führte mich zum retirat und wartete vor dem eingang auf der offenen latrine saßen im kreis die männer und verrichteten ihre notdurft war das möglich so oft bin ich in den kasernen an den mannschaftsaborten vorübergegangen und hatte das nicht bemerkt alles mit allen teilen mahlzeit schlafraum und selbst dies hier offen verrichten müssen welch eine entwürdigung des lebens und sinnaida auch sie war in den gefängnissen russlands gewesen wo ist sie lebt sie oder liegt ihre geheimnisvoll geliebte gestalt in irgendeiner schäbigen totenkammer vielleicht gar auf eis denn solche leichen kommen auf die anatomie in die menschenlatrine der großstätte oh ich war voll stolz während ich solches dachte was ist denn der tod ich bestehe auf ihn ich lasse mich nicht von ihr von niemandem lasse ich mich beschämen und jetzt jetzt wollen sie mich um den tod bringen mich zu einem verbrecher dritter klasse zu einem besoffenen zu einem exzedenten degradieren ich lasse mich aber nicht betrügen nicht mehr will ich als ein schulbub vor den vater treten als ein kadettlein das für jede ohrfeige erreichbar ist ja zu dem er sich noch niederbeugen muss um ihm die tachtel zu versetzen nein mein kopf soll er gar nicht sehen so hoch wird der in den wolken stecken ich will gestehen und sterben ich bin bereit der hauptmann rechnungsführer war des morgens schon aus dem zimmer weggebracht worden nun gehörte der große raum mir ganz allein der arzt hatte heute sich recht lange mit mir befasst den schädel abgetastet meine augen meine kniereflexe untersucht und am schluss die frage gestellt ob ich durch keine magenübelkeiten gequält werde nicht ohrensausen und gesichtsstörungen verspüre nein nein dies alles nicht im gegenteil meine beine schlenkerten und tanzten in den gelenken ich fühlte mich leicht göttlich leicht und dann dieser neue nie gekannte enthusiasmus in meiner seele den aber verschwieg ich klüglich dem doktor ich allein genoß ja diese erhabenheit diese stromstelle der gedanken immer ging ich auf und ab und es waren wolken auf denen ich ging ich werde ihm gegenüberstehen und die wahrheit sagen was ist wahrheit fragt wohl pilatus ich aber weiß wenigstens was die wahrheit ist für die ich sterben will ach nicht das was alle menschen glauben werden kein kleines geständnis etwa dass man den zaren ermorden wollte oder die tote sinaider liebt ist sie tot oh gott anders ist meine wahrheit ich werde diesem general diesem vater sagen was denn nun die wahrheit ich werde solche sätze zu ihm sprechen der himmel ist blau schwalben schießen durch die luft nachtfalter fliegen ins licht das sind meine wahrheiten und wer sie erkennt muss sich ja auf die erde werfen vor zielloser liebe ja ihr habt mich alle verstoßen weil ich hässlich bin und ein recht mittelmäßiger offizier da hielt ich mich an die gaststube der frau koppelmann und überließ mich der führung eines taubstummen und ich trat unter die lumpen die opiumraucher und die heiligen das tat ich weil es mir nicht gefiel am sonntag mit meinem herrn vater auszureiten mit ihm der mich immer so böse traktiert hat wenn ich vor ihm beweisen wollte daß auch ich wer bin und nun soll er selbst krank sein aber gleich viel die lumpen und heiligen sie sind ein durchsichtiger nebel für mich und jetzt sehe ich hinter diesem opium rauch überwältigt die geschaffene welt ja ich sehe sie die wahrheiten für die ich sterben will der himmel ist blau die schwalbe fliegt nichts anderes will ich ihm sagen er aber wird sich wehren die schwalbe fliegt sage ich er schreit den adjutanten an bringen sie den akt nun mal so und so viel aber meine wahrheit wird die akten und dienststücke von seinem tisch fegen und ich werde siegen siegen traumlos und schwer schlief ich auch diese nacht am frühen morgen des nächsten tages es war der dreißigste mai ahnte ich schon daß ich in wenigen stunden vor meinem vater stehen würde ich putzte mir die knöpfe blank bürstete meine stiefel und verwendete große sorgfalt auf meinen anzug eine große ruhe hatte sich meiner bemächtigt noch immer war ich fest entschlossen die wahrheit zu sagen jene wahrheit unter der ich mir selbst nichts bestimmtes dachte aber ich war voll hoffnung heute mußte mich der vater verstehen dessen war ich sicher ich fühlte mein wesen von einer seltsamen würde verklärt gegen die auch er ohnmächtig sein würde wie jung und unmündig war doch diese alte existenz diese recht steifbeinige exzellenz mein vater immer nur in kanzleien sitzen an der tätreiten front abschreiten defilierung rechts nachlässig den gebogenen zeigefinger an die kappe heben untergebene abkanzeln vorgesetzten stramm den vortritt lassen sporen klappern hacken klappen zigaretten rauchen ist das leben und ich ich bin an der kö marschiert ich habe den tross erlebt antlitz und schritt senaidas ich bin in katastrophen gestanden um ein weltalter war ich älter als der vater dieser abkömmling einer primitiven zeit dieser berufssoldat comilfo diese blase aufgeworfen vom militärischen reglement man sagt dass die welt altert dass die zeit immer älter wird und die väter geschöpfe der welt und zeit die noch jünger ungealterter ist gelten für älter als die söhne die einer schon gealterten welt und zeit entstammen das alter der person und das alter des universums steht also in einem merkwürdigen widerspruch wie alt bin ich doch mit meinen 25 jahren und gerade deshalb meiner höheren gereiftheit wird er nicht widerstehen können die katastrophe verwandelt sich in ein versöhnungsfest trotz alledem und dann dann habe ich meinen frieden mit der welt gemacht und will den tod des königsmörders sterben ihr nicht mehr nachhinken werde alles gestehen alle vorbereitungen die bombe vorweisen ein offizier holte mich ab herr leutnant machen sie sich fertig wir müssen zum korrkommando fahren auf befehl seiner exzellenz ihres herrn vaters trotz der hoheit die ich über mir ruhen fühlte schrak ich wild zusammen das wort befehl hätte mich fast vergiftet der bittere geschmack meiner kindheit war mir im mund fassung ich hätte mir gewünscht gefesselt zu sein stattdessen salutierten mir auf gängen und stiegen alle soldaten mit schroff erschrockenen rucken in der rumpelnden droschke ergriff mich plötzlich unbehagen wie wenig passte doch diese uniform zu mir und warum hatte ich dunkelbraunes haar glatte blonde strähnen gebührten mir ein hevlock von kamelhaar sandalen kurz die kleidung wie sie die naturmenschen die vegetarianer die wüstenpropheten und die ganzen befreiten tragen die lichterhobenen auges ruhig das gerassel und getümmel der großen plätze überqueren wir waren angekommen und stiegen aus ich machte lange langsame schritte als würde eine kutte mir um die knie schlagen mein begleiter sah mich von der seite wie einen verrückten an das haus quirlte von geschäftigkeit angstgepeitscht liefen unteroffiziere auf und ab eilten durch die langen korridore klopften an mächtige türen mit nichtig devoten fingern offiziere schimpften wie immer postenschritten übernächtig und mit nüchternem magen in den höfen auf und nieder mir war's als müßte ich sie alle alle zu mir rufen denn mein amt war es ja versöhnung zu bringen wenn ich dieses haus verlassen werde wird keiner mehr hasserfüllt verhassten befehlen gehorchen keiner mehr auf offener latrine sitzen müssen der offizier stieß mich an so salutieren sie doch ich hatte einen vorübergehenden major nicht gegrüßt auch das wird aufhören sagte ich der offizier starrte mich entsetzt an dann wandte er hoffnungslos den kopf ab wir mußten sehr lange warten drei tage hatte ich fast nichts gegessen mein leib war wie ohne materie ein schweben fast eine lauterkeit die mir freude machte mir fiel beschitzers ausspruch ein alle angst ist irrtum ich wiederholte diesen satz immer wieder denn irgendwo in einer antipodischen landschaft meiner selbst war ein rest von lauernder unruhe übrig geblieben dennoch ich war bereit mochte kommen was da wollte für mein gefühl das ist keine floskel hing das schicksal der menschen von dieser stunde ab plötzlich aber wurde mein kopf übermäßig klar der adjutant kam grüßte kurz richtete einige worte an meinen begleiter der sich entfernte und ich stand im zimmer meines vaters er saß an seinem schreibtisch und schien zu arbeiten zwei stabsoffiziere hatten sich hinter ihm postiert kurz auf seine fragen zu antworten die er noch lange nicht unterbrach ich verschränkte die arme auf den rücken wie es gelehrte tun senkte den kopf und wollte langen und langsamen schrittes vorwärts gehen der adjutant hielt mich am arm fest und deutete auf eine stelle nahe der türe nein hier bitte er zischte das nur keine umstände glaubte ich zu sagen aber ich sagte nichts weitschweifig drückte der general seine zigarette aus und erhob sich er war bräunlich trotz der apoplektisch violetten flecken auf seinem gesicht schien schlecht geschlafen zu haben die hand in der er die reitgärte hielt zitterte ich stellte mit absicht einen fuß vor den andern und machte keine meldung der general stand vor mir wartete und gab es dann mit einem bösen verkneifen der augen auf jetzt stemmte er die faust in die hüfte leutnant duschek sie sind ein schandfleck der armee ich dachte vor mich hin sinaida mein mund war offen und ich fühlte fast ein lächeln lachen sie nicht lachen sie nicht es war eine dumpfe kaum beherrschte stimme die das sprach ich sah wie die hand mit der gärte zitterte der general holte schwer atem sein schnurrbart war glänzend aufgefärbt aber sein scheitel nicht so ordentlich wie sonst leutnant duschek die gleiche merkwürdig umsitzende stimme beantworten sie mir folgende fragen haben sie mit subversiven individuen verkehrt diese subversiven individuen sind heilige menschen ich habe mit ihnen verkehrt der general schluckte mehrmals jetzt zitterte auch seine andere hand er wandte sich um die beiden goldenen krägen kamen auf zehn spitzen näher endlich hatte er sich von meiner antwort erholt wieder diese stimme so ganz und gar ungewohnt sie leugnen nicht gut weiter haben sie in betrunkenem zustand den befehlen eines höheren des herrnmajors kirkonosch widerstand geleistet antworten sie ich habe vollkommen nüchternen bewusstseins vor einem bübischen überfall menschen geschützt die dieses schutzes wert waren den anführer dieses überfalls mag es herr kirkonosch oder ein anderer gewesen sein kannte ich nicht der general schlug mit dem fuß einen unheimlichen takt und beschaute sehr lange seine fingerspitzen als er wieder aufsah war sein gesicht in das eines schwerkranken verwandelt gut auch das leugnen sie nicht nun die letzte frage gestehen sie an einem höheren eben dem herrnmajors kirkonosch sich tätlich vergriffen zu haben ja ich habe diese handlung in einem augenblick der äußersten erbitterung begangen denn durch den überfall dieses mannes kam es zu einer schießerei bei der vielleicht blut geflossen ist leutnant duschek sie bekennen sich hier drei schwerer verbrechen gegen den allerhöchsten dienst schuldig ich richtete mich auf jetzt wollte ich die große wahrheit sagen vater der general trat einen schritt zurück dieses wort erst hatte ihn um die ganze fassung gebracht er herrschte mich an was soll das jetzt hatte ich schon meine wachsende gehässigkeit zu überwinden warum schickte er die zwei tröpfe dort nicht weg nochmals vater auf einmal war der general ganz kalt und ruhig die gärte zitterte nicht mehr im allerhöchsten dienst gibt es nur dienstes keine verwandtschaftsgrade allerhöchster dienst allerhöchster dienst dieses wort kroch mit tausend würmern durch meine seele ach ich verstand ihn jetzt hatte er sich wieder in seine rolle gefunden jetzt wieder war er der starre römer und spartaner den zeitlebens zu spielen so bequem war haß fraß ich in mir weiter und weiter dennoch zum drittenmal doch sehr leise sehr leise vater nun aber hatte er wieder oberwasser der schreck von vorhin war aus seinem gesichte gewichen das seine alte maske annahm gemessen und von der ferne des polarsterns schnarrte er mit den unklaren vokalen der militärischen sprechart leutnant duschek ich befehle ihnen im namen des allerhöchsten dienstes diese ausdrucksweise zu unterlassen zertreten besiegt wie immer es schlug über mir zusammen speichel war gift jede haarwurzel wunde ich sah in eine von gelben kreisen durchtanzte finsternis mit aller kraft schrie ich ich scheiße auf deinen allerhöchsten dienst der general taumelte zurück die beiden majore stützten ihn er fand keinen atem stieß einen unsagbaren laut aus plötzlich stürzte er sich auf mich ich sehe nicht mehr das gesicht eines kaltsinnig beherrschten truppenführers ich sehe das schmerzverzerrte gesicht eines geschlagenen vaters ich sehe mehr noch jetzt in diesem augenblick traf mich breit über die backe dicht unterm auge der hieb seiner reitpeitsche das erste war daß ich sinnlos vor schmerz die hände vors gesicht hob nach und nach wie sich das blut in die zerrissenen und gequetschten gewebe wieder ergoss verwandelte sich der unerträglich beißende schmerz in ein etwas erträglicheres brennen und glühen besinnung kam und mit ihr grenzenlos die wut der general hatte die gerte fallen lassen er keuchte und bohrte beide fäuste gegen das herz es schien ihn ein krampf gepackt zu haben ich sah das wurde ganz kalt schützte meine wange mit dem taschentuch und verließ von keinem gehindert zimmer und haus auf der straße straff ausschreitend wie bei der parade wenn nur niemand das schandmal auf meinem gesicht sieht übrigens ist das gleichgültig aber jetzt zum ersten mal im leben bin ich offizier offizier ja offizier ich muss genugtuung haben ich werde mich mit ihm schlagen mag auch die welt drüber verrückt werden mein gesicht brennt meine wange brennt ist was ich vorhabe der richtige weg ich weiß es nicht nur kalte und klare entschlossenheit stumpfsinnig verfolgten mich diese letzten worte ununterbrochen kalte und klare entschlossenheit der schmerz peinigte kein gedanke Ende von abschnitt acht